Jetzt ist er einmal im Kreis geflogen und jetzt ein zweites Mal. Haben Sie das gesehen? Das ist der Halbjekt. Ich weiß nicht, ich sehe ihn jetzt nicht so schön. Das ist der Halbjekt. Jetzt fliegt er da genau im Kreis, oberhalb von mir. Also der 1 Sekunde hier, das ist er. Für ihn Greifnache, für mich natürlich nicht, aber für den Halbjekt ist das hier die Greifnache. Und hier kann er zugreifen. Und er stört sich heute sofort, sobald er sie gesehen. Das ist 11.54 Uhr, wir sind am 22.09.2022 bei der Flammenschale. Das ist der Halbjekt. Das ist der Halbjekt.